Moin Moin Graduianer und herzlich willkommen zu unserem CERBORUS Special T10 der Staatenbundenschiffe. Ein Kreuz, eine Urgewalt, ein Tier direkt aus der Hölle. CERBORUS mit den drei Köpfen, damals übrigens eine Guardian Force bei Final Fantasy VIII. Anderen Teilen weiß ich es nicht, aber im VIII auf jeden Fall. Ist egal, auf jeden Fall der U-Boot schreckt schlechthin. Wir haben hier elf Kilometer Reichweite mit der Anti-Sub-Bewaffnung und genau die werden wir auch nutzen. Und das Bammelreiter sitzt dabei im U-Boot und der Michael auch im U-Boot. Ich habe heute alle gezwungen, die mitkommen, die müssen heute U-Boot fahren. Damit wir mal ein bisschen sehen, wie das so läuft. Im Review zu CERBORUS, habt ihr es ja schon gesehen, da hatte ich eine Situation mit dem U-Boot, die wir auch wunderbar gemeistert haben und das U-Boot richtig ärgern konnten. Wie mir war aber leider nicht, was wir da machen konnten. Jetzt aber die Möglichkeit. U-Boote ohne Ende in der Runde. Das ist überhaupt der Staatenbund. Zusammenschluss von Ländern, Neuseeland, Australien, Indien und alles, was so auf dieser Ecke da unten irgendwo ist. Und ich glaube sogar noch ein paar andere. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. War nicht Kanada sogar auch noch dabei? War Kanada bei Staatenbunden mit drin? Das ist eine ganz merkwürdige Zusammenstellung, aber das sind alles so Nationen, die nicht selber einen eigenen Forschungsbaum bekommen. Wie haben sie denn als Staatenbund zusammengefasst? Ich meine, Commonwealth ist ja auch ein normaler Begriff. Den gibt es ja auch so. Das hat Wargaming sich ja nicht ausgedacht. Geschimmer fährt da. Britisches Empire gleich Staatenbund. Ah, siehste. Siehste, siehste, überall wo die Briten ihre Fühler ausgestreckt haben damals. Gehört zum Staatenbund. Oh. Oh, Michael, willst du hier weg? Willst du hier nicht spotten und rumfahren? Michael, das wäre mir ganz lieb, wenn du hierbleiben würdest. Wir haben nämlich kein DD sonst. Wäre mir ganz lieb, wenn der... Oh, Gott, ich wollte eigentlich abbremsen. Wäre mir ganz lieb, wenn wenigstens einer hier bleibt. Ich meine, hier sind ja auch schöne Ziele gerade. Shikishima Preußen. Was willst du mehr? Ich muss die Frage, wer da hat geschossen. Jetzt fahren wir einfach rückwärts lang. Hydro an, da haben wir ein bisschen Sicherheit. Nächste Gegner übrigens. Team soll hier sein, in der Richtung. Ayate ist drüben, das heißt, ein U-Boot muss hier sein. Lop. Heishima Kase. Ach, gerade Shima Kase. Heishiki Shima so rum. Shikita ist gleich bei den Japanern. Ist also gleich. U-drücken. Und Flak schießt gar nicht. P gedrückt? Ne, ich habe U gedrückt. Okay, Spiel. Okay. Relaxing mich jetzt, Angriff, hier im Nebel. Da würde er die Bungo da hinten attackieren. Stütsch, stütsch, stütsch. Nächster Gegner soll Richtung Shikishima jetzt sein. Kann sein, dass U-Boot nach oben abdreht. Wir schütteln einfach mal. Uh, und wir haben ihn. Sauber. Ich liebe diesen Scheiß. Erkennen null, wo das U-Boot ist, Alter. Erkennst du hier überhaupt nicht da unten im Wasser. Er dreht voll weg. Irgendwo so, da die Richtung. Da haben wir ihn erwischt. Da wollte er dich da ran. Nicht mit dem Credo. Treffer. 1, 9. Sauber. Ping-Modul kaputt. Rechter Treffer sogar. Oh, ist das ein gutes Gefühl. Und U-Boot ist down. Oh, yeah. Oh, yeah. Warte ich schon. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Geiles Ding. Da muss aber noch irgendwer getroffen haben. Alleine mit meinen drei Wasserbomben hätte ich ihn nicht tot bekommen. Die kloppen maximal mit drei neuen rein. Also irgendwer muss da noch ordentlich getroffen haben. Würde jetzt nicht denken, ich habe den da gerade alleine getötet. Aber schöne Waffe gegen U-Boote. Endlich haben die U-Boote auch mal was, wo sie sagen müssen. Oh, Gott. Da ist ja mit bei. Ja, da war ihnen egal. Hydro war ihnen egal. Endlich mal was, wo die auch sagen müssen. Oh, oh, oh. Ich muss aufpassen. Endlich musst du auch mal ein bisschen mitdenken beim U-Gameplay. Und nicht einfach bloß rein und torpen. Klar, Radar kann immer mal einen erwischen. Kann passieren. Auch als U-Boot. Aber die Wahrscheinlichkeit ist halt nicht groß. Und wenn du abgetaucht bist und du zündest Radar. Und den, also, der andere zündet Radar. Du bist gerade abgetaucht. Hast du ja deinen Skill, der dir anzeigt. Jetzt nicht auftauchen. Du, du, du. Da ist Radar. Pass schön auf, Kleiner. Das ist ja, das ist ja wie, wie hier mit Stützrädern fahren. Diese Hilfe bringt dir in dem Sinne ja auch nichts. Irgendwo da. Gut, dann lasst uns mal rüberfahren. Andere U-Boot lebt noch. Das heu wir uns. Sollte endlich mal die U-Boote buffen. Echt, ey. Arm U-Boot-Fahrer. Ich kann überhaupt nichts mehr machen hier in den Runden. Die können auch mehr als genug machen, glaubt mal. Die dürfen bloß nicht mehr so blöd nach vorne pushen und einfach von vorne agieren. Die waren überhaupt nicht als Schrotflinte gedacht. Wargaming hat sich das null gedacht, dass die vorne auf drei Kilometer agieren sollen. Nicht ohne Grunde haben die mehr Reichweite als die meisten D-Ds auf ihrer Stufe. Das fucking sechste U-Boot hat schon was? Das deutsche 10, 12 Kilometer? Da sollst du nicht irgendwo von sonst wo ballern. Bam, 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 bam. Zerbrus wird ja auch nicht in jedem Gefecht sein. Leider nicht, nein. Und ihr bedenkt jetzt bitte auch, ich sehe mit meiner Zerbrus jetzt dauerhaft U-Boote, weil wir halt hier, weil ich halt in der Divi zwei U-Boote hab. Wer hat schon Freunde, die U-Boote spielen? Geht ja gar nicht. U-Boot-Fahrer haben ja keine Freunde. Nein, das ist gemein. Tut mir leid. Das nehme ich zurück. Alles andere stimmte. Das war jetzt zu böse. Das ist jetzt doof. Das ist jetzt richtig doof. Müssen wir mal brennen, bitte? Das wäre ganz toll. Burn. Burn nicht. Komm mal ein bisschen dichter ran. Hayat ist da irgendwo. Yumihari ist da. Wahnsinnig, haben wir jetzt wieder Nebel. Scheiße. Der brennt einfach nicht. Krieg ich ihn nicht abgefackelt. Aber ich krieg ihn nicht abgefackelt. Und da wir eh ganz fett offen sind, schießen wir einfach mal weiter. Hayat muss hier schon sehr dicht dran sein. Hydro! Hütsch. Wieder nicht abgefackelt. Nebelarm. Endlich. Und gib ihm. Gib ihm, gib ihm, gib ihm. Jetzt einfach hoffen, dass die Hayat mich nicht gleich wegtaubt. Dann ist ja alles schick. Kannst du jetzt mal brennen, bitte? Ich war aus so einer Preußen. Wo gibt's die? Ich hab meine Preußen aus. Von Temu, weißt du? 4,99. Ohne Versandkosten. Und der hat da die Luxus Edition Preußen. Die brennt einfach nicht. Und der brennt. Man muss nur jammern. Sehr guter Abfuckler. Das war genau richtig. Yeah. Cool. Das hat sich sehr gelohnt. Mein Nebel hat sich jetzt auch sehr gelohnt. Hier musst du auch so ein Fake-Schmutz. Oder ja. Alibaba, Temu. Das ist alles der gleiche Dreck. Die Leute kaufen und kaufen und kaufen. Wir haben ständig auch für unser Haus hier Pakete entgegen. Von der Posta, wo Temu immer draufsteht. Und Alibaba und sonst was. Da ist größtenteils, ich sag mal, zu 99% irgendein Fake-Müll dabei. Hier, Playstation 5. Nur 4,99. Geil. Kaufe mir tausend Stück und die stelle ich alle bei Kleinanzeigen rein. Ha, 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 ha. Ich bin schlau. Nee, nee. Ist die EU überhaupt erlaubt, dass dieser Dreck hier importiert werden darf? Bitch. Ich glaub, größer als Amazon, ne? Temu, Alibaba und Co. Nicht alles, sogar die gleiche Marke wahrscheinlich. Größer als Amazon. Das musst du erstmal hinbekommen. Yamato, Yamato. Bitch. Fünfer nicht durchschlagen. Vinicius down. Immerhin. Yamato hat sich so schön festgefahren. Können wir doch mal ein bisschen bestrafen. Komm, brenn doch mal bitte. Treffer, nicht abgefackelt. Ich viel Glück gerade mit den Abfucklern hier. Ab 110 Treffer, gerade mal 5 Abfuckler. Was soll denn das? Und er brennt. Man muss nur meckern. Einfach nur jammern. Dann klappt's. Ich hab ein Jahr lang über U-Boote gemeckert. Und schon kommt Wargaming um die Ecke. Ey, hier. Konter gegen U-Boote. Viel Spaß. Man muss nur... Oh, der stirbt auch sofort. Kaum bis auf T-Zing. Hier hast du die Abschlachtrunde. Anstrengend. Anstrengend. Yumi, Yumi, Hari. Yumi, Yumi, Hari. China kann jeden direkt exportieren. Aber wehe, man will direkt nach China importieren. Das kannst du vergessen. Tja, Exportweltmeister, ne? Wir wissen halt, wie es läuft. Sind so wichtig bei den Ländern. Da traut sich keiner, irgendwelche Restriktionen vorzusetzen. Wir nicht wissen, wie viel Plastischeiße da jeden Tag in den Containerschiffe hergekarrt wird. Hm. Ja, tut mir leid, Leute. Die Runde war jetzt sehr lahm. Mein U-Boot-Kontor war schön zu sehen. Aber pfff. Es war ja nur hier völlige Abschlachtung. Kommt mir auch nirgends mehr an. Andere U-Boot ist auch leider schon tot. Ärgerlich. Schlicht falsch. Temo funktioniert, weil der Privatmann zur Importeur wird. Mit allen verbundenen Risiken ist das in denen meistens gar nicht klar. Ah, okay. Ja gut, wenn du bei Temo oder bei Alibaba und Co. Wenn du da denn irgendwie Geld verlierst oder irgendeinen Schrott bekommst, sodass es kaputt geht, dann brauchst du nicht ankommen wegen Garantie oder sonst was für ein Blödsinn. Ich hatte mal bei Alibaba so eine Pokémon-Lego-Dinger. Lego ist das ja nicht. Das waren aber alles so eine Mini-Klemmbausteine. Waren ganz nett aus, die kleinen Figürchen, aber da hast du ja halb die Finger gebrochen, wenn du das zusammenbauen wolltest. Was hab ich damit im Endeffekt gemacht? Weggeschmissen. Was man macht mit Plastisch-Schrott. Irgendwann schmeißt man's doch eh weg. Hayate, Hayate. Und der lenkt ein. Shit. Bis vorher die Salve nimmt er voll mit und jetzt muss er einlenken. Aber, 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 aber. Soll ich gleich so doof aus? Komm, Aufschaltung. Lass mich treffen. Na, verdammte Axt. Fast erwischt, fast erwischt. Getorbt. Enterprise wird ihn wahrscheinlich jetzt finishen und er ist down. Alter, was ne Klatsche. Gegner hatten keine Chance. Die hatten keine Chance. Ärgerlich. Ich will doch hier mehr vom Schiff zeigen. Was soll denn das? 65.000. Yeah. Gerade noch so ein Mittelfeld. Michael hat auch ganz viel Spaß gehabt. War mal hat wenigstens ein bisschen. Boah, drei Kills hat er gemacht. Schönes Ding. War nicht mehr möglich. Zu wenig Schiffe. Wir haben uns wieder für die falsche Flanke entschieden. Wäre schön gewesen. Aber was wird's machen. So. Hab direkt ready. Hab direkt ready. Sehr gut. Morgen, Troy. Ich hoffe, du hast auch ein 10er ready. Und dann mal los. Solltet ihr jetzt keine 10er U-Bude mehr haben, dann könnt ihr leider nicht mitkommen. Komme ich jeden Tag drauf. Erst Wisch, dann Alibaba und nun Temu. Yay. Cool. Meine RTX auf Alibaba gekauft. Irgendwie läuft mein Computer immer heiß. Ich weiß auch nicht warum. Ganz komisch. Der riecht auch so komisch. Und qualmend. Brennt. Morgen, Morgen, Morgen. Guten Morgen. Ja, sehr. Sehr gut. Los geht's. Los geht's. 30 Euro Kraka. Die muss doch gut sein. Klar, das muss doch die echte sein. Das wird halt in China direkt produziert. Darum kostet die RTX 4080 da bloß 30 Euro. Und 1,8 wie bei uns. Eindeutig. Ich glaube gerade nur noch auf TikTok. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Wie jemand so ein Kriegsschiff aus Wost in echt gesehen? U-Boot. Irgendwann mal. Ich weiß aber nicht mehr welches. Rügen. Was liegt dafür in U-Boot? 0,8 da. Ach, komm, nimm irgendwas anderes jetzt auf TC. Nimm DD oder so. Hab so irgendwas, wo du spotten kannst vielleicht noch. Dann nimm den. Nimm 10er schnell. Möchte ihn jetzt auch nicht rausschmeißen. Er wartet schon so lange hier auf eine Runde. Welfast in London. Die habe ich damals nicht besichtigt. Da war der Blacksheet mit Krom. Bei den Ausflug haben wir nicht mitgemacht von der AIDA aus, weil der hätte 11 Stunden gedauert. Und das wäre mir zu lang gewesen. Da haben wir uns lieber die Kante gegeben auf dem Schiff und richtig, richtig, richtig geile Woche gehabt. Ich da gefressen habe. Bestimmt da so viel gefressen, wie ich sonst im Monat fresse. Ich sage extra, nicht essen. Fressen. Da habe ich gefressen. Boah, da war so ein Stand, da haben sie dir live deine Hamburger fertig gemacht. Da konntest du auch sagen, den hier soll ich so schicken oder halt hier Rind. Da konntest du sagen, hier schicken oder tu schicken. Da hat er die Doppelburger gemacht mit leckerem Zeug drauf. Soßen, den konntest du selber noch belegen. Das war so lecker. Das war so geil, das Fleisch. Oh, läuft mir Wasser im Mund zusammen. Mit Reinspucken? Ne, ohne Reinspucken sogar. Läuft hier mir auch schon die 5090 als Kraker? Geil, Rotzahl. Bestell mal. Erzähl mal, wie gut es ist. Eine merkwürdige Kleinbildfilme für meine analogen Spiele. Reflexe kauft die Belfast lohnt sich. Glaube ich, glaube ich. Reicher Streamer. Ja, ja. Total reich. Los geht's, los geht's. Oh. Yamato-Kofis-Missouri-Pommern-Bujing. Sieht doch ganz nett aus. Und ich muss mal... Ah, ich muss mal. Welcher Ida war das? Das ist eine gute Frage. Ich weiß das schon gar nicht mehr, du. Warst du prima? Meins der Neueren. Wir waren auf dem hohen Deck. Waren Deck 12 bei Kong-Kabine. Das war richtig geil. Für eine ganze Woche. Hier England, Niederlande, England und Frankreich. So einmal... Da rumgefahren von Hamburg aus. Da haben wir zu dritt in der Kabine gehaust. Blacksheet, Kradoline und ich. Wir haben zu dritt insgesamt 1200 Euro ausgegeben. Jeder 400 Euro. Habe ich drei Tage bevor die Reise losging als Just... Nee, als Vario-Angebot geboten. Es gab nicht mal einen Rabatt für Reisebüro-Member, sondern es war ein ganz normaler Rabatt. Ich überlege, dass da teilweise Leute auf dem Schiff waren, die zu dritt dann 3000 ausgegeben haben. Das ist Wahnsinn. Wenn du dich da ein bisschen auskennst, dann kannst du so geile Schnäppchen machen. Auch diese Überfahrten. Ich weiß nicht, von Hamburg oder sonst wo, von Kiel rüber nach Amerika und so. Die hauen die ein paar Tage vorher, da eine Woche, 14 Tage vorher, für ein ablodend Ei raus. Der Flug ist aber dann immer noch teuer. Da kannst du so, so geile Schnäppchen machen. Das muss Perler gewesen sein. War 2,19, du bist schon ein bisschen her. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es echt nicht mehr. Die ist ja schon ein paar Jährchen her. Auch mein letzter richtiger Urlaub, wo ich mal mehr als drei Tage am Stück nicht gestreamt oder YouTube-Videos oder sonst was gemacht habe. Sonst hatten wir bloß immer so Kurzurlaube. Mal zwei, drei Tage. Mato schießt, bin immer noch nicht spottet. Och, ich habe die falsche Geschwindigkeit an. Das ist ein Problem. Shima wird wahrscheinlich dahinter bleiben. Morgen Treu ist offen. War wahrscheinlich genauso auf. Von Shima bleibt wohl dahinter. Okay. Sind sehr wenige hier leider. Ein paar Mann da hinten. Der fährt gerade erst los. Sonst kommt hier nichts mit rüber. Ich bräuchte mal ein bisschen Unterstützung hier. Ist noch ein Cap. Ja, ja, der steht dahinter. Das ist immer so eine beliebte Position. Der steht genau dahinter an der Ecke. Macht bloß keinen Blödsinn. Wartet einfach ab. Wartet einfach ab. Basumi schön aufpassen da vorne. Und unser Gehring ist schon tot. Sehr gut. Guter Start. Sehr guter Start. Er soll weiter links stehen, wenn ich meine Funkortung trauen darf. Links von der Insel. Mal gucken, wann ich aufgehe. 10 Kilometer. Ich bin noch nicht offen. Wo bekomme der Yamato? Wann sehe ich gerade? Der fährt jetzt echt hinter die Insel. Okay. Ich habe mal vorher gucken sollen. Oh. Ich habe mein Karso offen. Shit. Bin tatsächlich kurz getroffen. Jim fährt da lang. Scheiße. Und direkt abgefackelt. So muss das sein. Acht Treffer. Über Stalingrad können wir auch noch ein bisschen ärgern. Tee drücken. Tee. Tee, Tee. Nehmen wir sicherheitshalber. U-Boot ist hier nicht. Innerhalb von 8 Kilometern kein U-Boot zu sehen. Sehr gut. Stalingrad, 12 Kilometer Radar. Müssen wir jetzt natürlich darauf achten. Und die Schiemer sieht mich. Das ist jetzt ein Problem. Die Schiemer sieht mich rechts hinter der Insel da. Das ist jetzt ein richtiges Problem. Doppelbrand auf dem Stalingrad. Oh, ich bin wieder zu. Schiemer ist wieder nach vorne gefahren. Achtung, Torps. Fahrt weg hier. Stalingrad, 12 Kilometer Radar. Denkt dran. Wir sind hier viel zu wenige. Wir brauchen hier gar nicht probieren zu kämpfen. Spielt auf Sicherheit. Wir müssen so lange wie möglich überleben. Stalingrad hat leider gelöscht den Doppelbrand. Schade. Schade, 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 schade. Oh, hier soll der Erste schon kommen. Torpedos to the right. Vollgas. Morgen, lass dich nicht treffen jetzt. Lass dich bitte nicht treffen. Das wird Stalingrad wieder. Komm, brenn bitte. Stalingrad da. Oh, Napoli ist für dich dran. Jetzt habe ich ein Problem. Auf 7, 3. Jetzt habe ich ein Problem. Aua, aua. Vielleicht kommt die Stalingrad-Salve und das war es mit mir. Boing. Aua. Toptreffer, immerhin. Der pusht jetzt natürlich. Lob. Noch lebig, noch lebig. Geh in deinen scheiß Nebel. Dankeschön. Jetzt ganz schnell weg hier, ganz schnell weg hier, ganz schnell weg hier, ganz schnell weg hier. Da kommt nochmal AP, SAP, Sekundäre. Den Kilometer. Oh, ich bin zu. Ich bin zu, ich bin zu, ich bin zu. Uiuiuiuiuiuiuiui. Das war knapp. Das war knapp. Was machen die denn da links? Was ist denn das hier? Was ist denn da für ein Unfall unten? Bom, 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 bom. Vooching, vooching. Das wird leider nicht besonders. Ja, vorbei, der ist weg. Sauber. Vooching down. Oh, mom, treu, aber auch down. Nein, durch den Napoli-Torpedo. Napoli. Wer hat ihn so einen Scheß-Torpe jetzt erwischt? Oh, der hat auf mich geschossen. Der hat hier echt auf mich gebrochen. Und Napoli ist down. Sauber. Und ich habe leider noch geschossen, das war ein Fehler. Okay, weg, 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 weg. U-Boot ist drüben, nicht bei uns hier. Bis zum Morgen. Hättest du mal ein U-Boot erspielt auf Stufe 10, der hätte jetzt überlebt, wäre es einfach abgetaucht. Hättest gar keine Probleme gegeben. Napoli hat Shotgun gefuttert. Sehr schön. War auch gut, dass der weg war. Ich nehme jetzt hier ein bisschen Sicherheit von der Seite. Zwei Treffer auf der Schieber. Und Heilo. Muck erst in der Minute wieder. Ei, 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 ei. Gar nicht gut aus. Fahren halt alle nach unten hier. Die haben alle volles Leben. Und ich könnte jetzt tot sein. Haben die echt nochmal geschossen, bevor ich zugegangen bin, ne? Aua. Nein, 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 nein. Alles schick. Halbe Minute. Alles schick. Halbe Minute. Können wieder ballern. Alles schick. Klaus Rumi, pass auf. Hast kaum noch Energie. Nicht gleich, dass gleich die böse Überraschung hier kommt. Da kommt bei mir gerade eine böse Überraschung an. Die hören auf. Okay. Hört nicht die 20er mit. Ich muss die einzige D-D auf A wegschmeißen. Gehen einen Sub und einen Smaller. Ja, aber komm. Das waren sechs Schiffe. Dann sollen sie aber bitte... Da ist sogar ein Radarschiff dabei. Dann sollen sie aber bitte nicht alle runterfahren. Wollen dann rechts rüberkommen. Ich hatte sich da so dämlich zu positionieren. Da können sie doch niemanden mehr helfen. Scheiße. Pommen auch tot. Die Runde ist gelaufen. Wir haben hier nichts in der Nähe von irgendeinem Cap. Mein Gott. Was ein Unfall. Was ein Unfall. Gott, ich habe gerade stürzt. Bom, bom. Oh, oh. Quasumi. Oh, oh. Quasumi hat keine Energie mehr. Schimakasa direkt neben ihm jetzt. Oh, 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 oh. Napoli tops von unerwartet. Alles gut. Das ist das, was ich vorhin meinte. Lass es hier abhauen. War klar, dass die da langsam durchpushen. Die Napoli, die war richtig aggro. Das war doof. Ja. Das ist die Schimmer an der Backe. Kann dir da noch ein, zwei Seilen mithelfen. Aber ich werde die nicht tot bekommen. Dann musst du ihn denn auch noch treffen. Vor allem hast du da drei Schiffe, die jetzt Dinger raufschmeißen können. Die Schimmer ist noch nicht so dicht dran. Das geht noch. Müssen wir bloß treffen. Ah, Auge juckt. Sieht gut aus. Das war gut. Werd langsam mal Schimmer. Du willst doch die Bomben schmieren. Und der ist down. Oh. Quasumi, du bist so ein Lacker, ne? Oh, hoffentlich treffen die Wasserbomben nicht. Oh, genau bei ihm rein. Überlebe, überlebe. Überlebe. Wir brauchen dich. Denk an Radar von der Stalingrad. Kommt wahrscheinlich auch hier im Moment. Bin dead. Scheiße. Nein. Minimal zurückgedrängt. Ah ja, warte. Bullshit. Guck dir mal das an. Du bist hier in der Petro-Hinburg. Mein Gott, der ist fast tot. John Barfer. Alle fast noch voll leben da. Oder? Oh, sieht auch gut aus. Wird leider nix. Doch, das ist Stalingrad. Stalingrad zieht sich zurück. Denk an den Radar, wenn er noch nicht war. Tenna haben wir hier noch. Friedrich haben wir da. Oh, Quasumi, da um die Daumen. Scheiße. Jetzt fehlt uns der Spotter. Das war's jetzt. Man kann theoretisch versuchen, das U-Boot zu kontern. Damit rechnet der nämlich nicht, dass ich jetzt hier mit U-Boot-Überwachung ankomme. Aber dafür müssen wir erstmal ein ordentliches Stück fahren. Ah. Die Böbe nochmal zu treffen. Scheiße, geh auf. Die Smallhand ist in der Mitte. Die Smallhand ist da irgendwo. Der Mato steht da, kann mich nicht beschießen. Sieht aber in der Sitzung gut aus. U-Boot ist da irgendwo. Leider nicht abgefackelt. Schade. Hallöchen, Smallhand. Und Mitch. 2.9. Leider unsichtbar. Hydro. Nur Cardways-Programm nutze, um Schiffe zu vergleichen. Grüße. Ich nutze kein Programm. Ich benutze eine Seite. Das Wovs. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Chip-Tool.st. Das nutze ich. Das da gerade verlinkt worden ist. Sehr praktische Seite. Sehr geil. Immer schön im Browser den Ball mal aufhaben und immer mal nachgucken, wenn man irgendwelche Infos braucht. Da kommen echt noch die Tops. Ich dachte, die kommen hier nicht mehr an. Lass einen nämlich mit, glaube ich. Da hat er echt nicht getorpt hier. Huh. Knapp. 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 Alter, fahr doch rein da in Ahr. Also passiv. Kau bis die Reweck, weiß ich. Kau bis die Reweck. Knapp-Magneten im Hafen gelassen. Bei Kreuzern geht es immer noch halbwegs. Das funktioniert ganz gut. Wir müssen jetzt mal blicken, wo der... Da ist das U-Boot. Okay. Super weit weg. Scheiße. Scheiße, Scheiße. Yoshino hat auch nicht mehr so viel. Wir müssen jetzt langsam Kills machen. Wir müssen Kills machen, um hier noch eine Chance zu haben. Friedrich Down. Ach, was? Was eine Schmutzrunde, ey. Die A haben völlig versagt. Die haben ja nicht mehr gespielt. Die sind ja einfach bloß dämlich nach hinten gefahren und haben Flugzeugträger-Modus aktiviert. Oh, ich stehe da hinten und gucke mal einfach, was passiert die Runde. Die anderen werden das schon irgendwie schaffen. Irgendwann, irgendwie, irgendwo. Gelüge. Bin bestimmt nicht wichtig in meinem Schlachtschiff. Ah. Sechs Treffer, fast tot. Ist klar, Yamato. Ist klar. Das tat weh. Stalingrad schießt auch nochmal auf mich. Das ist jetzt ein Problem. Und wir haben die Yoshino wegsend gekillt. Stalingrad hat mich nicht getroffen. Der Torpedo darf mich jetzt auch nicht treffen. Lass die pommern. Uh, das ist ein Problem. Zu schnell. Gucken, bin ich nicht genug dran? Nein, wir sehen ihn noch nicht. Scheiße. Ich habe gehofft, wir decken ihn schon auf. Wir decken ihn leider noch nicht auf. Super ärgerlich. Oder er fährt noch aufgedeckt rum. Das kann natürlich auch sein. Und der pommern ballert mich aus dem Leben. Ne, die Mitsubi. Alter, alle rauf hier, ne. So, warte mal. Die Montana hat der Wixen da noch geholfen. Melden. 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 Was ein Haufen Müll. Und raus. Typisches T10-Gameplay. T8 Spaß gemacht. T9 Spaß gemacht. Kaum bist du auf T10 angekommen. Die Leute spielen wieder wie die Letzten. Ne, ich sag's gar nicht. Dank fürs Mitkommen. Auch wenn wir hier keine Chance hatten auf unserer Flanke. Und das restliche Team irgendwie keinen Bock hatte. Äh, braver Andi. Ihr seid dran. Let's go. Weiter geht's. Mann, ärgerlich. Muss ich mich aber unter Beschuss genommen. Weil da haben sich alle gerechter für die ganzen Salben von vorhin. Netzteil mit Heizfunktion. Was? 20 Kilometer Uhr Überwachung. Wenn mal was feines. Ja, nichts kriegst du hier. Du, Andi spielt die Gato. Kriegt das Melden überhaupt? Hatte gerade auch das Glück als Groning, dass mich ein BB aus meinem Nibel schiebt. Boah, wenn oftmals oder wenn sehr oft der gemeldet wird, dann bringt es was. Beide verloren jetzt, ne? Ach nee, die andere haben wir gewonnen. Das wäre so eine schnelle Abschlachtrunde. Können wir nochmal kurz gucken. Das, was ich gerade gemacht habe, bringt nichts. Außer, dass mein Seelenfrieden das mir da besser geht. Yay, waren sogar oben dabei. Cool. Jobar hat sogar ordentlich Damage gedrückt da. Aber warum haben die sich so zurückfallen lassen? Ich verstehe, ein U-Boot. Ja, okay. Aber sie hat ein Radar auch dabei. Sie hat ein Hydro dabei. Also, wir hätten doch da... Wir waren in der absoluten Überzahl. Wir hatten bei uns sechs bis acht Schiffe. Die hatten nichts da. Und Standard zu sechs, zu siebt. Die hätten einfach nur durchfahren müssen. Ich verstehe das nicht. Woher bekommt man die Zerber aus? Die kriegst du mit dem nächsten Patch, wenn du ganz viel Geld ausgibst. Oder du wartest noch nach dem nächsten Patch zwei Monate. Dann kannst du frei erspielen. Staatenbundschiff ist frei zu erspielen. Allgemein, die Staatenbundschiffe, da bin ich gar nicht groß drauf eingegangen. Jetzt auch in den anderen Videos. Kriegt ihr natürlich, wenn ihr wieder Dublonen ausgebt. Bis T5 sollt ihr kostenlos bekommen. Alles da drüber, muss man dann wohl Geld ausgeben. Gefechtspass, der... Nicht Gefechtspass, sondern der... Eventpass. Die Kaufvariante wird auch ordentlich Marken mit drin haben. Dadurch kommt man wohl noch ein bisschen weiter. Aber sonst ist T5 das Maximum erstmal. T5 ist der erste, der dann auch Nebel dabei hat. Weißt du, wann die Prinz von Orange kommt? Und auch wie? Nö. Keine Ahnung. Was erfährst du erst, wenn es NDA droppt? Und das ist meist zwei, drei Tage oder vielleicht einen Tag bevor das Schiff kommt. Vorüber nicht geplant. Alles gut. Anstrengen. Anstrengen. Wenn er überhaupt nicht meint. Einfach anstrengen. Bitte nicht wegschmeißen. Einfach anstrengen. Beste draus machen. Wenn ihr schon drin landet in der Runde hier, dann anstrengen. Maximum zeigen. Wir haben eh schon ein Problem. Die Gegner haben es dazu. Aber wir haben leider nur eine Patri. Donkey Kofi ist begonnen und schliefen. Der Braffer, wo ist der denn U-Boot? Sag mal. Ich habe gesagt, U-Boot nehmen, wenn ihr mitkommt. What? Der Braffer. Mann. Ich will U-Boote ärgern. Der hier Konki. Das ist vorhin war bloß eine Ausnahme bei morgen. Wo fahren wir denn hin? Wir könnten theoretisch supporten. Wir haben nichts, was da reinfährt. Shima wird unten spotten. Gato fährt da an. Der Andi fährt auch runter. Und bei T5 fast bist du voll im Spiel. Auftrieb beginnt leider ab T5. Ja. Ja. So ist es meistens. Die unteren Stufen werden nicht sehr nett behandelt von Wargaming. Sie sollten so schnell wie möglich durchknüppeln in die hohen Stufen. Und da haben sie dann auch Bock, Programmieren zu machen und zu tun. In den unteren Stufen macht es wahrscheinlich einfach keinen Spaß, da Events zu veranstalten. Oder die Spieler haben da vielleicht auch einfach keinen Bock. Also sie können halt auch nicht so eine Mördersachen wie Nebel, Hydroradar auf T3, T4 reinbringen, weil es bricht ja sofort das Genick denn als Anfänger. Geht ja auch nicht. Darum. Sehr unbeliebt. Bei den Spielern zum einen die unteren Stufen. Und ich glaube bei den Entwicklern das zu entwickeln auch. Weil es halt langweilig ist. Hat er geschrieben, hab kein T10-U-Boot. Ja, denn Cap Reffer hätte heute gar nicht mitkommen können. Hatte ich vorhin extra gesagt gehabt. Wenn ich keins habe, dann könnt ihr heute leider nicht mitkommen. Nein, 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 nein. Be quiet. Nein. Es ist ein Beat zu viel, ich weiß. Ist mir egal. Ist mir egal. Ist mir egal. Wollen wir jetzt hinhelfen. Wovor haben wir denn jetzt hin? Welche Affe hat das eigentlich geschrieben? Wow, bottom. Die Dyson. Melden. Vollidiot. So. So, selber da rein anfangen. Cap'n und nicht groß Fresse machen. Hauptsache große Fresse immer die Leute. Ich bin meine Dyson. Credit zu machen. Groß-U-Boot schmeiß dich weg in B. Der Andi weiß schon, was er tut. Hoffentlich zumindest. Piemonte, ob der offen bleibt? Dann könnte ich halt auch schon beschießen. Komm, wir probieren es mal. Smoke. Nächster Sitz. Die sind langsam genug. Und raus. Ballern, ballern. Piemonte, bleib jetzt schön offen, bitte. Andi, wenn möglich, schön spotten. Wir haben halt kaum die Ds hier. Wird mit dem Gato ja nicht das Problem sein. Aber wenn es zu gefährlich wird, natürlich sofort abtauchen. Aber immer das Spotting im Hinterkopf behalten. Du bist das Auge vom Team. Piemonte, magst du nicht brennen? Mag echt nicht brennen. So, aber 20 Treffen hier ein Abfahrkler. Piemonte, magst du nicht brennen? Die Bungo schießen den Ball. Sie können im ersten Gang noch weiterfahren. Vergiss das immer. Wir können ja noch ein bisschen Gas geben. Jetzt alle so, hey, das Nebelfeld bewegt sich. What the fuck? Was ist das? Was ist das? Bewegt sich das? Oh, das ist ein Sherman. Wollen wir mal versuchen zu beschießen. Puerto Rico ist da dran. Puerto Rico hatte 10 Kilometer, glaube ich, mit Radar. Puerto, irgendwas gestorben bei uns. Hatte 10 Kilometer. 10-7, 10-6, 10-5. Kommt aber leider fast dran. Das ist ein Problem. Das ist ein scheiß Problem. Klop, 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 klop. Ich bin Radarreichweite. Wäre ich mal hinstehen geblieben? Ich meine, nicht vorwärts gefahren. Tschü, tschü, schreibt er. Was hat das denn? Gott, Alter, toxisch können man schleute sein. Scheiße, es geht jetzt voll in die Insel, glaube ich. Ja, alles perfekt. Exakt mittig die Insel getroffen. Hast du gut gemacht, Krado. Hast du richtig gut gemacht. Du bist der Inselzerstörer. Und Bums. Ja, zu wenig. Da habe ich mir gerade mehr erhofft, muss ich sagen. Wichsen eine zieht da. Und Bums. 3-1, 2-1 hinterher. Und Bom, Bom. Düt, 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 düt. Wispel in Piemonte, unser ist schon tot. Scheiße, wir schmeißen sich schon wieder alle weg. Chima ist auch gleich tot. Höffig melde Insel jetzt tot. Na, Gott sei Dank. Insel down, Insel down. Gefackelt, sauber. Hier kommt Torps, unangenehm. Wir hören auf, sehr gut. Radar hört auch auf, sehr gut. Machen wir mal weiter. Düt, düt, düt. Düt, 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 düt. Ich versuche gleich mal C zu blockieren. Andi, seh mal zu, dass du in B reinkommst. Sonst haben wir ihn gleich verloren. Wir müssen uns jetzt tatsächlich um die Caps kümmern. Aber denk an die Wooster da bei B. Das ist leider das Problem. Immer in die Pirate, gut, go down. Wir haben da zwei Leute verloren. Buh, 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 Buh. Chima Krasa hat nur 15 Leben. Das ist nicht gut. Schön, dass er sich freut. Gut, ist ja auch noch da. Wen Kilometer gehe ich auf. Wenn ich spottet bin, ist er aufgetaucht. In der normalen Radar-Logie können wir... Boah, die Satsuma hat auf mich geschossen. Ich bin sowas von tot. Boah, hab ich ein Schwein. Gehabt. Das wäre gerade eine Satsuma-Salve. Ich hab bestimmt auf die Burgonje gezielt. Und da bin ich gerade aufgegangen. Gerade als er nachgeladen hatte. Ai, 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 ai. Das hätte auch schief gehen können. Das ist jetzt doof. Da ist die schliebend schon. Shit. Das ist die Sherman. Scheiße. Und jetzt kann ich da nicht mehr helfen. Ach, Mann. Was macht das falsch? Ballow down. Sehr gut. Oh, Capra war schon weg. Scheiße. Oh, so schnell raus. Mist. Mist, Mist, Mist. Einen Sekunden. Hier wird gleich eindrehen. Um das so zu treffen. Abgefucket. Sehr gut. Attack hat 8000 echt hingedrückt. Feier mal eine leckere Salve. Nebel raus. Und sofort unsichtbar. Blub. Unsichtbar. Blub. Unsichtbar. Dankeschön. Nicht, dass seine Sekundäre hier noch anfängt lustig zu ballern. Das muss ja nicht sein. Den müssen wir jetzt wegkriegen. Beinahe zu 400. Drei Kills haben wir. Schlieben fast tot. Das wäre gut, wenn wir den noch kriegen. Dann gehen wir sogar in Führung hier. Und ist weg. Sauber. Nice Push schliefen. Richtig nice Push. Der war lecker. Ja, der war richtig lecker. Und wir fahren jetzt genüsslich rückwärts rein. Und wenn wir die C holen. Das ist gerade nichts mehr groß mit Radar. Da sind wir auf der Sicherungsseite. Weil Piemont hat Hydro. Gar nicht. Blödsinn. Hat's nicht. Blödsinn. Blödsinn. Inbook theoretisch. Hm. Mal gucken. Wir haben die Borgogne hier noch. Wir haben die Dyson hier noch. Weil bei der Dyson erwarte ich nicht viel. So wie der von geschrieben hat im Chat. Äh. Und ich bin zu schnell rückwärts. What the fuck? Okay. Das habe ich auch noch nicht geschafft. Ich war zu schnell rückwärts. Dazu hat sofort geschossen. Willst du mich verarschen? Der hat echt auf mich geschossen. Loll. Trim-Sniper oder was? Was los ist jetzt? Du mal meine Fresse. Der wartet ja nur drauf, dass ich mal kurz aufgehe. Wie schlimm war dein Leben? Bin ich's mehr. Kacke. Oh, Tortreffer. Der war schön. Inbook was down. Hinden, Hinden, Hindenburg. Hat irgendeiner geschossen? Dyson hat geschossen. Kommt Dyson. Mit deinen dämlichen Aussetzer vorhin da im Chat. Nimmst du jetzt wenigstens den raus. Bring dich an. Bring dich an. String dich an. Und er hat es natürlich verkackt. War zu erwarten. It war zu erwarten. Wer so im Chat schreibt, der kann im Spiel ja nichts groß liefern können. Ich komme nicht mehr an bei dem Shit. Jetzt wollen wir den Cap wechseln. Halbe Minute noch Smoke. Bungo kommt dichter. Robot ist raus. Habe ich nicht mehr gesehen in der Runde. Passiert, passiert. Oh, Scheiße. Ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem. Der ist ja so dicht dran, die Piemonte. Okay. Bingo. Sekundäre. Go, Sekundäre. Auf 7,3 kann ich. Und der ist zu. Der dreht auch schon ein. Und mein Nebel ist gleich weg. Das ist jetzt ein Riesenproblem. Der muss ganz schnell sterben. Der muss ganz schnell sterben. Hinburg fährt aber auch lang. Das waren fünfmal nicht durchschlagen. Geile Salve, Krado. Das war schon fast gut. Aber eigentlich nennt man es Scheiße. Oh, 870. Viel besser, Krado. War genauso kacke wie dieselbe davor. Und wenn du hast nicht komplett fallen. Die ist down. Sauber. Schönes Ding. Ganz wichtig. Die Pink-Tops für meine Kita-Kami. Die wollen wir alle. Die wollen wir alle. Ich bin nur ein Werfer für meine Kita-Kami. Also ein 20er Werfer. Bitch. Weil der noch Platz ist. Noch drei weitere davon. Hier. Fünf. 100-Tops. Bungo, Bungo, Bungo. Was, wenn die Cap jetzt nicht mitkriegen? Die Grund-DP fehlen mir natürlich nachher eine Endauswertung. Haben es egal. Dafür kann ich jetzt hier schön dämmen schwimmen. Was wird das nochmal so rumreißen hier, ey? Die Gegner hatten den Sieg eigentlich schon in der Tasche. Wahnsinn. Was wird das so wegwerfen? Noch haben wir nicht gewonnen. Wollen wir nicht zu viel freuen. Meine Abfackel-Chance. Ey, das ist so unangenehm. Dich hier so gut wie nix mehr abgefackelt. 150 Treffer, vier Abfackel. Das ist lächerlich wenig. Und ich gehe auf. What the fuck? Nein, der Kurfürst! Jetzt nicht auf mich, Satsuma. Jetzt nicht auf mich. Der Schess Kufis. Oder Dings. Oh, 8000 Damage. Oder Dings war schon zu dicht dran. Jetzt hier die Satsuma. Ich weiß es nicht. Und ich bin unsichtbar. Oh, Gott sei Dank. Dreht der so lahm aus mit seinem Türm. Wieder zu. Wieder zu. Wieder zu. Wieder zu. Ich bleib offen. In der Wuster von der Seite. Er hat nochmal geschossen. Das war nicht gut. Und Krado ist eine Zita. Weil er zu cocky war. Na, fast. Aua. Da war er zu cocky, der Krado. Da war er zu cocky. Bom, bom. Abgefackelt. Sauber. Mehr wollte ich doch gar nicht. Schütze rum. Muss nicht zu dicht an Kurfürst ran. Dann passt das schon. Und Ditch. Nochmal getroffen. Ungefähr da lang. Kurfürst, Kurfürst. Welche pushen? Echt jetzt? Na. Nicht wirklich Kurfürst, oder? Nicht wirklich. Du musst probieren, wenn du willst. Kannst du gern probieren. Und. Boah. Der burnt einfach nicht. Zehn Treffer. Kein Abverklang. Das bei einem deutschen Schiff. Wie geht das denn? Blub. Aufpassen. 7, 3 gehen wir auf. Nicht 7, 8. Ich muss gerade andauernd nachgucken, weil ich jetzt den 8er und den 9 auch gespielt habe. Ich komme gerade mit den Werten durcheinander. Ich bin zu schnell für meinen Nebel. Ich bin zu schnell für meinen Nebel. Ich bin zu schnell. Und ich gehe auf, weil ich zu dicht dran bin. Scheiße. Top geht rein. Top geht rein. Und Top Treffer. Sauber. Guter Treffer. Und wie gesagt. Yes. Geiles Ding. Die Sekundäre fackelt mich nur ab. Das ist das, was ich vorhin meinte. Du kannst natürlich auch. Du musst ja nicht so langsam fahren. Du kannst jetzt auch erstmal Vollgas geben. Gerade wenn die Position gerade nichts mehr hergibt. Und jetzt wieder langsamer werden, um den Rest vom Nebel auch noch zu nutzen. Du kannst auch einfach mal Vollgas denn hier weiterfahren. Blub. Bleib ich zu. Ich bleib zu. Perfekt. 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 Und er brennt nicht. Er brennt nicht. Er brennt nicht. Und... Ditsch. Na nie. Er ist auf 963. Noch eine Menge Spielraum. Ich kriege ihn einfach nicht abgefackelt. Was für ein Shampoo benutzen die, dass die nicht brennen. Das würde ich gerne mal wissen. Elf Treffer. Wieder nicht abgefackelt. Was für ein Shampoo. Ich meine, wir sind auf TC, ne? Abfackle-Chance ist ja auch halbiert hier insgesamt. Das magst du bei dem hier leider. Wir haben halt trotzdem bloß unsere 21%. Bei den anderen. Was hatte ich vorhin? 17 Abfackler da in einer Runde. Hier ist es echt schwierig, auf Abfackler zu kommen. Andi! Mach Shotgunning. Komm! Sei eklig. Sei ein Ekel, Andi. Komm! Wieder nicht abgefackelt. Und er ist dort. Sauber! So, da haben wir hier noch eine Soyuz auf 17. Das hilft bei jedem Feuer. Glaube ich auch. Das ist Satsuma. Der mag mich. Ich bin unsichtbar. Satsuma, Satsuma. Der kotzt, ey. Ich habe mir noch nicht eine Zitter gedrückt. Vorhin mal 10.000, aber nicht eine Zitter bisher. Der hat fast 200 KM beschwert sich. Ja, mache ich tatsächlich. Sieben Abfackler ist zu wenig. Kann nicht sein, dass ich mit einem 8er, 9er hier lustig rumfacke. Kaum spiele ich T10. Der Abfacklewert ist halbiert. Weil irgend so ein Koeffizient im Hintergrund hier aber hilft. Weil das Balancing für T10 halt dafür gedacht ist. Und auf einmal facke ich die Schiffe nicht mehr ab. Also das macht keinen Spaß. Dann will ich hier mit dem Ding auf 40% haben als Grundwert. Ja, mit Schwarmkreuzer immerhin besser als die Smolli. What? Besser als die Smolli? Nee, auf keinen Fall. Ich glaube, was Besseres als die Smolli, so Nebelkreuzer, das gibt es gar nicht. Smolli ist einfach ein Monster. Du alte Schmolli. Mein ist ein gut gebalancedes Schiff und Wargaming sollte da am besten nichts dran ändern. Danke, Wargaming. Will ich auch weiterhin mit dir Spaß haben. Knopp. Magst du mal Brennsojus? Und burn. Geht doch. Original Smolli als T11 Smolli. Oh ja. Mit 8 Linkstürmen. Endlich. Endlich geht Wargaming in den Schritt. Die 8 Linkstürme haben wir gebraucht bei Kreuzern. Endlich ist es soweit. Wargaming. Warum erst jetzt? Scheiß auf U-Boote. Ich habe keine mehr wegen U-Booten. 8 Türme. 8 Linkstürme. 64 Schuss. Alle 3,5 Sekunden. Well, it's pure in die Fresse. Aber mit Anlauf dann. Mit Anlauf und Einlauf. Gut wird's gehen. Gut wird's gehen. Schöne Runde. Schönes Ründchen. 25.000. Nice. Okay. Geiles Ding. Das haben wir echt noch umgerissen. Das sah schon komplett verloren aus. Boah. Ach, der Türs und SAP. Raketenwerfer als Secondary. Geil. Geil. So kleine Yamatos als Beibote. 250. Oh, da kann ich nicht mehr reden. 205.000. 2.070 Grund EP. Niceer Dicer. Oh, guck mal. Die Dice mit der großen Fresse ist vorletzter. Mh. Lief wohl nicht so gut, wa? Jut. Patri ganz oben. Neptun können wir mal loben. Hat er schön gemacht hier. Schön vorsichtig gespielt. Patri loben wir auch mal. Geil. Schöne Runde. Neptun 37.000 durch die Brände und Wassereinbrüche. Nicht so viel. Bei den anderen hatte ich immer 50.000, 60.000. Da war das deutlich einfacher. Hm. Zoom 38.000 gedrückt. Hinbruch 34.000. Bogen 37.000. Bist halt eine Damage-Sau, ne? Durch diesen ewig langen Nebel hast du halt solche... Hast du es so einfach dir in die Wiege gelegt, einfach am Leben zu bleiben. Plup. Einen schönen Füßen mitkommen. So, jetzt muss ich mal fragen. Michael. Michael hat ein U-Boot, das weiß ich. Boss Keiler, hast du ein U-Boot? Hast du ein T10 U-Boot? Plup. Das ist noch aus meinem Clan, schreibe ich nachher mal an. Das Verhalten ist echt nicht so prall. Sorry, Karate-Typ ist mir gerade irgendwie peinlich. Das glaube ich. Das glaube ich. Die Art und Weise ging gar nicht. Was hat der denn geschrieben? Der fucking U-Boot, rein in B. Also, nee, das muss nicht sein. Jemand anderen erstmal seinen Willen aufzuzwängen und dann Vorletzter zu sein in so einer Runde. Also, beim Besten wäre nicht. Beim Besten. Selbst wenn er Erster gewesen wäre, wäre das trotzdem völlig fehl am Platz gewesen. So, Boss Keiler. Ich gebe dir 5. Ich gebe dir 4. Ich gebe dir 3. Ich gebe dir 2. Ich gebe dir 1. Er antwortet nicht. Plup. Dann kommt der Spam-Mail-Reiter mit. Los geht's, los geht's. Wenn er gefragt hätte, okay, aber so. Ja, hätte er geschrieben. Ey, Sub, kannst du bitte da bei B, kannst du da bitte reinfahren? Oder irgendwas. Aber, ey, fucking Sub, move in B. Also, geht gar nicht. Gibt gar nicht. Bei uns wäre er geflogen. Also, hätten wir ihn ein Screenshot geschickt, dass irgendeiner bei uns aus dem Clan jemanden das so geschrieben hat und dennoch irgendwie, ich meine, mehr Beleidigung kam ja nicht. Aber das hätte gereicht für einen Kick. Bei uns wäre er rausgeflogen. Vielleicht erstmal verwarnt, aber wäre das nochmal vorkommen, sofort ein Kick. Jetzt kommt TL-Flugzeugträger. Oh, 3DD, 2U-Bude. Oh, TL-Flugzeugträger. Jetzt kommt der Hardcore-Modus, Leute. Jetzt kommt der Hardcore-Modus. Auch nicht geplant, wusste nicht, dass ich mit T9 gerade in eure Runde komme. Hä? Marvin, du warst wie Neptun. Super gespielt, Marvin. Top-Runde. Schön, hast schön das gemacht, was ich gesagt habe am Anfang. Spiel schön vorsichtig. Hilf mit. Perfekt. Warst du gerade zweiter, glaube ich, sogar in Endauswertung. Top gespielt. Wenn du bedenkst, dass ich 200k Damage hatte und du da vor mir warst, so muss das sein. Selbst mit 9ern gegen 11er kann man sich behaupten, gerade wenn du Nebel dabei hast. Schön gespielt, schön gespielt. Jetzt muss ich hoffen, dass die U-Boote nicht wissen, was ich so alles habe. Dann können wir gleich mal probieren, hier bei A relativ aggressiv mitzufahren. Wir gehen kreuzten mit Radar, das kann ich und liebe ich. Ah, echt? Du hattest Radar? Das wusste ich gar nicht. Du warst Nebel, Neptun. Ich spiele der Radar, Neptun, und du bist weiter in der 11er Runde. What? Okay. Wie ich auch immer, du. Ich spiele Neptun Mino nur auf Radar. Ich habe meist auch so 2k Grund-EP im Durchschnitt mit den Runden. Ohne Probleme. Wir brauchen schon Nebel. Hätte ich hier Radar mit der Serbrus, ja, der Helm würde ich auch Radar mitnehmen. True Story. Serbrus in New Aussie Kreuzerlinie? Yes. Yes. Anti-Sub-Monster. Los geht's, los geht's, los geht's, los geht's. Los geht's, los geht's. Radar und Nebel am besten. Das wäre natürlich am besten. Aber ich habe, du, Radar ist schön und gut, Team-Dealing natürlich super, aber ich habe auch gerne einfach die Kombi Radar, äh, Radar ist ja schon, Hydro und Nebel. Das ist ein super Zusammenspiel der beiden Fähigkeiten. Funktioniert ganz wunderbar. Vielleicht wird gerade vom Sub gekillt. Ja, ja, wahrscheinlich. Mal gucken. Mal gucken. Komische Division hier heute, wa? Immer zwei U-Boote oder fast immer zwei U-Boote dabei. Da bin ich so noch mit T-11-CV in die Runde. Ich habe wenigstens mal Träger, die man beeinflussen kann. Nein, danke. U-Boote, habe ich gesagt. U-Boote. Ah, wird schon blockiert. Das ist interessant. Eventuell vom DD. Ach, wir haben eine L-Bing hier. Scheiße. Eventuell vom DD. Windows an. Und ich bin offen, das ist ein Problem. Smoke online. Das ist ein Problem. Da war ich gerade sehr früh offen. Wie die Tops hier gleich kommen. Endlich, U-Boote wird noch nicht abtauchen. Also wenn der überhaupt eins ist. Vampire, Vampire ist oben. Beide Vampires oben. Das ist schon mal gut. Das heißt, hier ist eventuell die Lyschuen oder die U-Boote halt. Nächster Gegner soll hier drüben sein. Achtung, auf der Ecke. Schön aufpassen. Ruhe Überwachung hat leider nichts ergeben. Schade. Hätte er klappen können. Hätte er klappen können. Bom, 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 bom. Hätte, hätte, hätte. Oh, da war das U-Boot eben ganz kurz. Da war er ganz kurz offen. Guck da. Er ist noch im Cap drin. Muss hier irgendwo sein. Ich weiß nicht, ob er da entlangfährt. Ballern einfach mal rein. Ops, einer geht rein. Ist mir egal. Aber ganz kurz zu sehen. Schwimmgasse geben jetzt, ha? Ja, natürlich. Ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich. Pop, pop, bom. Leider nicht ein Hit. Ärgerlich, ärgerlich. Jetzt nehmen wir uns mal die drei Aufladungen wieder auf. Weil, anderthalb Minuten noch, dann kann nämlich Michael ihn aufmachen. Und etwa hat das immer 5 Minuten cooler noch am Anfang. Und dann kann nämlich ein U-Boot auf meist recht hoher Distanz die dann auch aufmachen. Wie war das bei der U-45? U-Boot Überwachung auf... Ach, 6 Kilometer bloß. Gut, ich nehm's zurück. Normale Standard-U-Boot der Deutschen hat 9. Das ist natürlich ärgerlich. Aber ich kepp'n. 50 Sekunden, alles gut. Ich fahre mir erstmal die Preußen ein bisschen ab. Sebrus hat 203 Millimeter. Dreht ihr euch vor wie eine Desmo-Boot mit Nebel und doppelt so lange Nachleidzeit. Das kommt ganz gut hin. U-Boot ist wieder drin. U-Boot ist wieder drin. Und da ist er. Sauber. Und der war viel zu kurz offen. Alter, wie kurz war das denn gerade? Scheiße. Michael, U-Boot Überwachung möglich? Noch nicht möglich? Möglich? Das wäre jetzt extrem geil. So schnell konnte ich leider nicht reagieren. Nebel wird gleich nicht mehr gesetzt. Nein, er ist aufgetaucht. Ich sehe ihn nicht. Er unterbricht auch immer noch die Cap. Scheiße. Macht's genau richtig da, die U-45. Genauso kannst du die U-Boot Überwachung maximal kontern. Dreht's. Wer eh zu ihm ist, ist er sogar rausgefahren. Schade. Schade, schade. Schön vorsichtig jetzt, Michael. Schön vorsichtig. Hm, daneben. Bitch. Super gespielt für eine U-45. Hat jetzt sein U-Boot Überwachung bei mir zweimal gekontert. Seine U-Boot Überwachung da vorne gekontert. Also, besser hätte er es gar nicht machen können. Und siehe da, zu gut, kannst du komischerweise doch noch was machen. Doch noch gar nicht alles total kaputt. Irgendwo hier ist er. Ich baller mal einfach irgendwo rein. Mehr Reichweite haben wir leider nicht mehr. Da ist er auf der Seite. Scheiße. Er fährt leider da lang. Wobei schon 50-Kart-Damage gemacht hast du auch nicht. Schade, nicht getroffen. Zeit, einfach bloß Rätselraten da irgendwo hinballern. Und Treffer, direkter Hitsugar. Sauber. Jetzt müssten wir doch eigentlich so einen Fleck sehen. Wo ist der Fleck? Hier kein Fleck. Voll. Und nochmal abgefackelt. Sauber. Und jetzt fangen wir vorwärts. Schön vorsichtig. Torpedo ist in unserem Weg. Zell Deber. Danke für deine 20 Monate übrigens. Scully, danke für die 28 Monate. Lucian Wolf, danke für die 16 Monate. Rabbe Ma, danke für die 10 Monate. David H, danke für die 77 Monate. Danke für eure Subs. Vielen lieben Dank für euren fetten Support, Leute. Alle, die heute schon mal drei gepulvert haben. Vielen lieben Dank. Das ihr Team Krado hier so ermöglicht. Auch alle auf YouTube. Wie schön, mal abonnieren, Kommentare schreiben. Die auch eine Kanalmitgliedschaft abschließen. Vielen lieben Dank. Wir haben jetzt schon 400 Kanalmitgliedschaft. Klar, ich bin dem Begriff immer noch absolut furchtbar. Dankeschön dafür. Viel Spaß mit euren Supercontainern, die ihr dadurch bekommt. So. Na, na, Napoli da in der Mitte. Könnten wir jetzt zusammenballern. Und Tanner kommt da runtergefahren. Hm. Elbing nebelt. Das ist interessant. Da ist hier die Schuhe. Der ist ja ganz hinten irgendwo. Boah, machen wir jetzt hier Lustiges? Ich weiß es nicht. Na, Igel greift mich jetzt bestimmt lieber an. Ne. Trotzdem auf die Elbing geballert. Okay. Schönes Ding. Der ist weg. So macht Spaß. Und burn. Burn nicht. Aber verteidigt. Aber verteidigt. Das war jetzt auch ganz wichtig. Einfach zurücksetzen. Elbing, ich leih mir mal ganz kurz deinen... Igel ist ja immer noch hier. Hau doch mal ab, Mann. Und zurückgesetzt. Nicht zurückgesetzt. Wieso, wieso, weshalb, warum habe ich jetzt nicht zurückgesetzt? Nee. Mami. Mami, nami. In smoke. Der hat jetzt echt durchgekämpft. Wie? Ich hatte die doch getroffen. Irgendeiner andere ist da noch drin. Muss ja... Der schon gar nicht mehr dazu zählte. Darum haben wir auch nicht zurückgesetzt gehabt. Ach, Dreck. Dreck, Dreck, Dreck. Beide U-Boote noch da. Ich behalte mal die U-Boot-Überwachung. Da kommt Torps. Er ist hier auf der Seite. Okay. Nächster Gegner soll da sein. Und unser Flugzeugträger ist tot. Ach, du Scheiße. Der hat uns nicht weggefahren. Oh, nein. Jetzt bricht gleich alles zusammen. Och, jetzt ist der CV da. Och, Mensch. Wieso kriegen wir denn immer diese komischen Spieler? Wo ist der denn da nicht weggefahren unten? Ich bleib hier stehen. Ich bin ein super CV. Oh. Äh. 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 Sehr ärgerlich. Sehr ärgerlich, sehr ärgerlich. 8 Sekunden haben wir noch. Abgefackelt. Sauber. Ein Nebel zöhnen. U drücken. Einfach so, weil wir es können. Hätte er klappen können. Schade. U-45. Sehr vorsichtig. Wieso denn bloß? Ja, weil er keinen Bock hätte zu fahren wahrscheinlich. Ich weiß nicht, was er da wollte. Wo er da hin wollte. Er hat doch alle Zeit der Welt gehabt. Unsere Flanke war safe hier. Hätte es easy. Hätte ich schon längst hier unter der Insel stehen können. Und daraus reagieren können. Nein. Ich schmeiß mich lieber weg. Der Hund ist eh gelaufen. Wir haben schon drei Leute verloren. Ab und tot. Ich bin ein super CV. Bow. Helping down. Ja, schön. Und der Feind jetzt hier vorhaut jetzt einen Freischein. Super. Vielen Dank. So, macht es ganz viel Spaß. Geboten Überwachung. Nice. Oh Gott, ist der schnell. Alter, ist der schnell. So. Guckt euch mal, wie schnell das Ding ist. Das ist, als ob ich auf eine Kleber gerade ballere. Vom Vorhalten her. Ist das dämlich. Ist das dämlich. Was ein Monster unter Wasser. Und du bleibst ja komplett stehen. Innerhalb von einer Millisekunde. Cool. Die anderen Drops natürlich jetzt alle vorbei. Scheiße. Uff, uff, uff. Zwei, sieben, drei. Jetzt muss ich aufpassen. Ach, scheiße. Machen wir weiter. Down. Dann Warsort jetzt hier. Speedricht down. Immerhin. Halbe Minute noch. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. High battery. Ich werde hier gleich aufgehen. Sehr wahrscheinlich. Umgeschwenkt. Und du bist wieder oben. Ob ich zu bleib. Ich bleib zu. Er ist nicht auf sieben, drei dran. Bam, bam, bam. Toppe ich eigentlich nicht. Keine Ahnung. Jetzt hätte ich schon topen können. Wieso toppe ich eigentlich nicht. Stüt, stüt, sch. Ja, da ist er. Dann etwa. Ja, dann etwa 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, viel zu lange Cooldown und ja, in etwa. Und Patrick ist down. Ich bin das Ding. Flächenschaden, immerhin. Immerhin, immerhin. Ob der eine Drop noch trifft? Ich glaube nicht. Dafür müsste er noch weitergefahren sein. Nee, ist er auch nicht. Scheiße. War zu kurz auf. Schwierig. U45. Sau schwer zu kontern. U-Bud ist hinter mir. Scheiße. Die andere U-45 ist hinter mir irgendwo. Durch die hohe Geschwindigkeit. So dämlich, dass die unter Wasser da 40 Knoten fallen kann. Das ist so dämlich. Du kannst es so gut wie gar nicht kontern. Selbst mit drei Aufladungen hier bin ich ja froh, wenn mal eins denn da trifft. Und andere haben das nicht. Das muss ich mir mal vorstellen. Na ja, scheiße. Das taucht einfach was ab. Mist. Alter. Kann ich die Vampire auch mal treffen? Mein Gott. Was hat das denn gerade? Nicht genau, ob der... Jetzt ist es auch wieder falsch. Hallo, Vampire. Lass mich mal treffen, Mann. Ekelhaft. Tee drücken. Ziel ja auch down. Keine Schnitte. Sechs, neun Treffer. Nice. Das war nochmal eine gute Salve. Damage Output ist sehr gut. Ist er auch. Ist er auch. Das mitgegen die U-Boot ist einfach bloß ein nettes Gimmick nebenbei. Okay. Das ganze Schiff ist aber nicht um dieses U-Boot-Anti-U-Boot-Gameplay gebalanced. Das Schiff ist rein, wirklich um die Hauptbatterie hier gebalanced. Und das funktioniert. Also, und die Nebel natürlich. Und die Nebel. Muss rein um die Hauptbatterie. Lup. Schi-Dotschi. Nope. Was ein geiler Dodge. War einer meiner schönsten Ausweiche, die ich je gemacht habe. Das war ja gerade lecker. Das war ja gerade richtig lecker. Doch, geil. Ich habe schon wieder nicht erkannt, wo er jetzt überhaupt ist. Weil er ist einfach mal der Wurf. Er kann jetzt nicht weggeworbt sein. Er muss jetzt getroffen werden davon. Kann mir jetzt keiner erzählen, dass der jetzt weggeworbt ist. Nicht getroffen. Nicht getroffen. Das ist so dumm. Es ist so dumm, Alter. Wo ist der jetzt hingeworbt? Es ist so blöd. Einfach nur beknackt. Und er trifft mich natürlich. Weil er mich ja unter Wasser aufmachen kann. Cool. In den nächsten Tops. Yay. Auch ganz woanders hingezielt. Genau, aufgezählt. Da, wo er hochgetaucht ist. Ich habe es aber auch schwer erkannt gerade hier. Die müssten mal richtig knallbuntrot sein. Da unter Wasser. Und nicht bloß so leicht, so leicht rütlich. Das ist sehr schwer zu erkennen. Muss ich zu meiner Verteidigung jetzt aber auch mal sagen. Sehr, sehr unangenehm. Best Dodge ever. War einer meiner besten auf jeden Fall. Ich habe 100% damit gerechnet, dass mich ein Torbwegsen trifft. Aber nope. I will ein paar ja. Bitch. Ach, schade. Schade, schade. Schokolade. Der Vampire 2 DB. Der ist noch ein Stift-Clan. Das ist ein Top-Clan. Uns ist hier auch nichts gegönnt heute. Hast du recht, sehr schlecht zu sehen. Ja. Warum auch immer. Ich mache es wieder auf. Sie müssten komplett normal zu sehen sein. Wenn ich ihn... Also ja. Wie der lang, er fährt da lang. Der kann doch gar nicht ausweichen. Abbremse sollte man vielleicht auch nicht vergessen. Bitch. Aue. Flächenschaden. Uch, ich habe noch einen Rot-Eilentigen auch neben mir. Flächenschaden. Brandgesteckt. Yeah, ich freue mich. Und gekillt. Und die Runde ist vorbei. No. Aber wir haben ihn noch. U-Boot, Konter hat funktioniert. Geh weg mit deinem Scheiß da. Ah, aua, ah, ich lebe noch, ich lebe noch. Bin nicht gestorben. Nur auf das Geworbel an der Oberfläche schauen und nicht auf das Sub. Hilf wahrscheinlich, ja. Ich habe auf eine Karte jetzt geguckt, wo ich den Kreis gerade gesetzt habe oder wo ich da vorhalte. 1500 Grunde, P in der Niederlage. Tolle Runde. Giering, Shima, gleich tot. Unsere DDS. Elbing. Elbing war der, der ein bisschen was gemacht hat. Giering und Shima. Unsere Augen in der Runde haben sich einfach weggeschmissen. Ich meine aber gegen eine Doppelstift-Divi und dennoch Doppel-Vampire. Vampire ist halt so ein totales Monster. Schwierig, sich dagegen zu behaupten, muss man dazu sagen. Irgendwann für einen Sieg, Kado, hast du gut gemacht. Hm? Wir haben verloren. Was für einen Sieg. Was für einen Sieg. So easy das Sub gekillt. Total easy, ja. Nee, der hat gut gespielt. Der hat richtig gut gespielt. Muss ich wirklich mal sagen. Ah, wir haben gegen euch gespielt. Aha. Plopp. Wer warst du? P-W-D-Friemen. Vieles schön hier oben. Ah, sag ich doch. Stifter. Ach Gott, hier wart ihr sogar eine Dreier-D-D-D-D-Wi. Bäh. Wisst ihr, dass ihr eine ganz schön eklige D-D-Wi da habt? Unsere armen DDs. Oh, wir haben hier gut gespielt. Können wir alle dreimal loben. So. Wen soll ich noch loben? Loben. Puppe. Puppe soll ich loben. Wer ist die Puppe? Das Puppe. Ach, hier. War auch beim Stift. Aber ihr wart jetzt nicht die ganze Zeit hier schon im Stream, oder? Das wäre ein bisschen gemein gewesen. Ich hoffe, ihr habt jetzt erst einen Streamer gemacht. Danke fürs mitkommen, ihr beide. So, ein Röntchen machen wir noch. Feierabend. Der Morgen, der Morgen. Danke fürs mitnehmen. Der Morgen hatte kein U-Boot, ne? Kann doch nicht mehr mit. Okay, der will nicht mehr mit. Morgen hatte kein U-Boot. Flint. Lange nicht mehr gesehen. Wie geht's uns? Wie läuft es? Ahoi. Wir sind live. Pluppe. Ich brauche zwei U-Boot-Fahrer. Schreibt mich an. Eine Runde machen wir noch. Zwei U-Boot-Fahrer können gerne mitkommen. Zwei U-Boot-Fahrer können noch mitkommen. Letzte Runde für heute. Einer geht noch. Wir haben eben gerade gesehen, dass wir euch im Gegnerteam hatten. Alles gut. Dann ist okay. Das wäre sonst ganz schön heftig gewesen. Dreier, die, die, die und dann nebenbei hier bei uns mal mit drauf gucken. Da ist denn kein großer Überraschungsmoment mehr da. Gegen euch haben wir gar nicht gekämpft. Ihr wart ja oben. Ihr habt da oben aufgeräumt. Und so arm die Diester massakriert. Wir waren mit dem. Euer U-Boot könnt ihr mal loben. Eure U-450-01. Der am Ende dann noch gestorben ist. Den ich gekillt habe. Der hat uns so lange da aufgehalten. Obwohl ich hier U-Boot-Überwachung habe. Und wir hatten noch ein U-Boot dabei. Auch mit U-Boot-Überwachung. Das hat der richtig gut gemacht. Wo rein, Grobe. Bis zum nächsten Mal. Mini Jojo. Danke für die 55 Monate. Servus zusammen. Servus. Die Kork. Deine 45 Monate. Hallo, Krado. Ja, ein Folgeabo für dich. Vielen Dank für die tolle Unterhaltung. Macht immer noch Spaß wie am ersten Tag. Liebe Grüße an die Ostsee. Dankeschön dafür. Die Kork. Vielen lieben Dank. Grüße zurück, wo auch immer du herkommst. Und Max Claw. Danke für deine 19 Monate. Ahoi. Nicht ärgern lassen. Machen wir nicht. Heute mache ich es ja bewusst, dass U-Booten dabei sind. Heute ist es ja Absicht. Heute sollen die U-Booten ja kommen. Haben eine 85er Winrate in der Divi mit den DDS. Ja, sag ich doch. Sag ich doch. Sag ich doch. Gleich gesehen. Der Clan ist ja auch immer gut dabei. Also ist mir auf jeden Fall ein Name. Daher. Dachte ich mir schon, dass das ein Problem wird. Aber die anderen sind ja auch alle weggestorben da. Wir haben alles probiert. A, B. Wir haben so viel da noch aufgeräumt. Und so viel Damage gemacht. Ich weiß gar nicht, wie viel ich gerade hatte am Ende. Hat einer auf meinen Schaden eben geachtet, wie viel ich der überhaupt hatte? Wir haben alles gegeben. Mehr war nicht drin. Da ging gerade der Stift bei der Divi. Ja. Die Vampire 2. Eine ist schon immer gefährlich. Aber zwei. Und wenn die noch in der Divi spielen. Das ist eine Ansage. 150k. Na, war auch eine gute Runde. Gute Runde. Der Brummel. Ahoi. Aber ihr seht schon, das was ich im Review auch gesagt habe. Mit dem T8, mit dem 9er und auch mit dem 10er. Es ist nicht schwer, auf hohe Schadenswerte zu kommen. Mit kaum einem anderen Kreuzer schaffst du es so leicht, wirklich auf 100k aufwärts zu kommen. Dennoch so schillig, ohne Gefahr zu laufen, dass groß was passiert. Also ich könnte mich, könnte mich natürlich jetzt hier irren. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Cerberus, der 9er, worüber er hieß, und der 8er, dass die auch noch tatsächlich ein bisschen entschärft werden. Aktuell, alle die die leichten Britenkreuzer ein bisschen kennen oder allgemeinnebelkreuzer, haben hier eine absolute Monsterwaffe in der Hand. Kann man nicht anders sagen. So, da drüben soll einer sein. Einer bitte hierbleiben von euch beiden. Ist für Jütland-Z. Hoffentlich haben wir die Z nicht hier. Das wäre denn für Michael jetzt ganz doof. Dann probieren wir es doch mal. Vielleicht ist auch bloß ein U-Boot da. Mal gucken, mal gucken. Den Kilometer Tarnwert ist auch ein Traum. Dennoch Torpedos nebenbei. Warum auch immer der Ding hier noch Torpedos braucht. Also jetzt war Gaming sehr gut gemeint mit uns Spielern. Da haben sie lieber gesagt, ey komm, wir machen die lieber ein bisschen stärker als zu schwach. Wahrscheinlich, weil die Panamerikaner auch nicht so gut angekommen sind, außer bei einigen. Haben sie vielleicht hier gleich gesagt, ja komm, bei den Kreuzern, da haut mal richtig jetzt hier auf die Kacke. Die Spieler sollen Spaß haben. Wir sollten lieber die italienischen Nebel bekommen. Dann auf, nee, danke. Dann lieber den Crawling-Nebel, aber dafür dann hier die fast drei Minuten, die zweieinhalb Minuten. Den anderen möchte ich nicht haben. Der hält den nicht so lang. Das ist doof. Das ist dann doof. Oh, Michael, bitte weiter aufmachen. Bitte weiter aufmachen, Michael. Solange du nicht spottet warst. Wenn du spottet warst, bitte nicht, bitte nicht denn. Den hätten wir jetzt schön runterballern können. Das wäre jetzt der Moment gewesen. Der ist ja Jütland-Saurus zu geben. Luciana kommt an. Er geht leider nicht mehr auf. Jung-Mu-Spot. Mein Gott, ich kann nicht schreiben. Mal aufgegangen. Da kommen seine Torps, dachte ich mir. Deswegen hätte ich schon Gas gegeben. Boah, schöne Salve. Knappe 5K. Komm, mal, mal, machen wir. Die Schummo geht mir auf und sagt, er nutzt meinen Nebel, um ballern zu können. Ich hasse es. Bitte eure DT ist doch bitte so, wie man es machen soll. Er ist ja ganz allein. Hier ist kein Support, gar nichts. Er hätte schon dreimal tot sein können. Muss der arme Michael in seinem U-Booterhof weiß und spotten. Mein Herr, die U-Boote. Booms. Ditto. Ditto. Okay. Nice. Nice ist der Jütland. Nice. Unsinkbar die zweite. Ja, nee, der Name passt nicht. Was findest du das beste, spaßigste an der Cerberus? Kombination aus den geilen Geschützen und dem Nebel. Ganz einfach. Das mit den U-Boot ist ein nettes Gimmick nebenbei. Haben wir ja gerade letzte Runde gesehen. Guter, erfahrene U-Boot-Spieler kontert das immer noch. Gar kein Problem. Die breite Masse würdest du mit lockerer Flockig wegmachen. Aber ein guter U-Boot-Spieler, den kriegst du immer noch schwer dann klein. Kann man nicht anders sagen. Das spaßige ist hier die Kombination aus Nebelhalt und Hauptbatterie. Oh, das ist ein Minotau. Oh, das ist ein Problem. Oh, das ist ein Problem. Dreh, zwei, eins. Das ist die Frage, ob das jetzt für ihn oder für mich hier ein Problem ist. Schummo haut den Smoke raus. Das ist nett. Zitadelle, sauber. Steht genau da. Fährt jetzt wahrscheinlich wieder in die Richtung. Titsch, titsch, titsch. Ah, schade, nicht getroffen. Da kommt die Z um die Ecke. Eigentlich habe ich so einen guten Tarnwert. Schummo, vielen Dank für den Nebel. Der war geil. Da hat er bloß so eine Zitake drückt. Das wäre ärgerlich. Bom, bom, bom. Haben wir da eine Colombo. Dann hält der Nebel. Halbe Minute. Übrigens braucht meiner noch. Meiner wird ja auch noch gesetzt. Das ist doof. Knapp eine halbe Minute dann ohne Smoke. Oh, Michael, pass auf. Lass mich nicht erwischen. Oh, wen haben wir denn da? Wen haben wir denn hier vorne? Hallöchen. Uh, Brot. Erraschung. Gewobbel. Nur das Gewobbel angucken. Das ist ein sehr guter Tipp. Bloß auf das weiße Gewobbel achten. Das ist sogar ein sehr guter Tipp. Dankeschön dafür. Bam, bam, bam. Torpedoes to the left. Schon kommt mit dem U-Boot richtig auf den Sack gehen. So, macht Spaß. Flächenschaden. Krasse Salbe auf den da gerade. Dreimal Flächenschaden. Immerhin, immerhin. Das ist sonst, das ist sonst halt, wäre das überhaupt kein Schaden gewesen von uns. Daher war das alles wunderbar gerade. Normalerweise mit einem anderen Kreuz hätte ich jetzt keine Chance gehabt, den irgendwie aufzumachen. Ach, Mann, Mino. Lass mich nicht gut. Let me go, let me go. Bitch. Hutüberwachung. Michael, bald Hutüberwachung ready. Hat er dich schon gezündet? Scheiße, die haben wir zeitgleich gezündet. Wir hatten zwei doofe ein Gedanke. Und jetzt kein Problem. Ich habe ein Riesenproblem. Ich habe ein Riesen, Riesen... Die haben aufgehört. Ich habe ja auch kein Problem. Das Problem hat sich gerade verabschiedet. Sehr gut. Können wir den nochmal treffen. Und wo ist da? Und bitch, die Dölle. Da wollte er mich unbedingt noch beschießen mit... Ach, du Scheiße, ist ja auch schon einer. Die Lusierner habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Oh Gott, wo kommst du denn hier? Michael Down, Scheiße. Wo kommst denn du hier, Lusierner? Nice Seibel. 1000, immerhin. Also immerhin nur bei mir gedrückt. Das wollte ich damit eigentlich sagen. Der ist viel zu dicht dran. Der ist viel zu dicht dran. Smoke an. Nicht schießen. Nicht schießen, nicht schießen. Und einfach weiterfahren. Hütt wo an. Einfach jetzt warten und weiterfahren. Warten und weiterfahren. Alles viel zu dicht dran gerade. Jetzt das U-Boot. Hüpp. Okay, da kommt Tots. Die werden hoffentlich nicht treffen. Selbst wenn sie treffen, dann ist es halt so. Hüpp. Hab ihn nicht getroffen. Hä? Ist ja aus allen drei jetzt schnell genug da noch rausgefahren. Willst du mich verarschen? Wie hat der das denn gemacht? Okay. Warmelreiter hat einen. Sehr gut. Jetzt legt er ein. Dachte ich mir. Äh. Beleid, Luciana. Aber so nicht hier. So nicht. Auf zwei gehe ich zu 100% auf. Krieger wurden abgeschossen. Ah, okay. Siehst du, das ist mir gar nicht aufgefallen. Das kann natürlich sein. Olle Sau. Plop. Plop's raus. Nehmen wir mal. Lenkt er ein. Jetzt bin ich offen. Boin. 7000. Er hat mir gar nichts gedrückt. Sauber. 21.000. Gute Salbe. Sehr gute Salbe von ihm. Bitte weiter so eine Salbe. Da habe ich hier gar kein Problem. Boin. Dann habe ich hier überhaupt kein Problem. Du musst weit rum. Kacke. Du musst viel zu weit rum. Und flop. Wir haben übrigens immer noch schöne Situationen hier, um mit den Tops jetzt zu arbeiten. Ping vom U-Boot. Oh. Jetzt hat er mir deutlich besser gedrückt. Ein Treffer. Zweiter Treffer. Diese Luciana ist down. Schönes Ding. Wir sind wieder unsichtbar. Und er hat echt noch Flieger gestartet. Echt jetzt. Echt jetzt. Plop. Oh, die Tops. Nein. Jetzt kommt der Kacke-U-Boot. Jetzt kommt das Kacke-U-Boot. Fünf, vier. Warte. Das muss ich ganz schnell sein. Das muss ich ganz schnell sein. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Rauskloppen? Theoretisch hätte ich auch nochmal schießen können. Wäre ich schneller gewesen. Oh, der Wassereinbruch killt mich. Eckerlich. Komm. Flächenscharn. Nichts. Doch, Flächenscharn. Und? Der Ritter hat nicht getroffen. Shit. Boah, was eine intensive Runde. Wie aggressiv. Schön mit dem Tops. Die Luciana hat gerade rausgebombt. 140.000 Damage. Geiles Ding. Kam halt nicht mehr weg hier. Boah. Geiles Ding. Geiles Ding. Das ist die Colombo. Schade, dass wir keine Verstärkung weiter hatten. Sehr schade. Können da drei Schlachtschiffe hier hinten auf der 1er Linie entlangfahren. Was machen die immer? Bei den U-Booten etwas weiter vorhalten. Kommt drauf an, wie er fährt, du. Er hätte genauso gut aufgestellt. Bedenk. Die sind deutlich schneller jetzt mit einem Eindring. Er hätte jetzt auf der Stelle auch einfach einen 90 Grad Turn machen können. Dann hätte ich ihn gar nicht mehr getroffen. Ich habe ihn dreimal getroffen mit Bereichschauen. War doch in Ordnung. Oder zweimal. War doch okay. Wichsen habe ich den DD zum Anfang gekillt. Hast du gut gemacht, Brummel. Da haben wir wieder viel gemacht. So ein krasser Allrounder. Oh ja. Toller. Ganz toller Kreuzer. In jeder Runde geil dabei. Wenn ich das mit dem Yoshino Gameplay vergleiche, was ich jetzt hier letztens gestern hatte. Das hier war gewordener Traum, das Ding. Einfach nur geil. Und ich sage euch, wir werden, das habe ich im Cerberus Replay, ähm nicht Replay, sondern im Review schon gesagt, wir werden demnächst die ein oder andere 300k Runde, wenn nicht sogar 400k Runde von sehr, sehr guten Spielern sehen. Und mit der Cerberus halt voll reingehen. Wenn ich es sogar schaffe. Ich habe heute mehrmals 200.000 geschaffen. Einmal im Review. Ehmt auch gerade nochmal in der, in dem Special jetzt hier gerade. Ich habe jetzt mehrmals über 100k geschafft. Also, da würde es ganz schnell Leute geben, die da 300k aufwärts schaffen. Brauchst natürlich auch ein bisschen Glück. Da brauchst natürlich auch Glück. Da du eine Menge abfahren kannst. Aber 97 Treffer, 7 Abfahrt, gleich 4 Torpedotreffer, 2 Zieters und 140k als Ausbeute. Und du kannst endlich was aktiv gegen die U-Boote machen. Ich fühle mich gerade so befreit. Dieser Knoten ist weg, den ich jetzt seit einem Jahr hatte. Was ich immer so, na scheiß U-Boote, ich kann nichts machen. Das ist gar nicht da gerade. Ich eben gerade, ich habe richtig runtergezillt. Oh, gleich die U-Boote-Überwachung ist gleich ready. Ich kann gleich was machen gegen die U-Boote. Noch rein die und drücken und die drei Flieger rüber und kipp ihm und der tickt runter. Es war endlich mal spannend. Es ist endlich mal Gameplay gegen die U-Boote. Es ist endlich mal was da, wo ich sage, okay, da war meine Chance. Ich konnte ihn nochmal erwischen. Und nicht, ja scheiß Pinktops, ich sehe ihn sowieso nicht. Äh, uff, uff, wie sonst immer gegen U-Boote. Spar-Mail-Reiter, das war jetzt gar nicht schön. Scheiße. Ich meine, es sind immer so drei Leute. Alles gut, alles gut. Wir haben auch geschwitzt und gekämpft hier auf der rechten Seite. Wir haben ja alles gegeben. Können die DDS das auch bekommen? Aktuell nicht, nein. Wir haben jetzt die Venezia-Reihe, sprich die Kreuzer. Wir haben die Sao-Reihe, die Kreuzer. Und wir haben jetzt hier die Staatenbundschiffe, die Kreuzer. Die die U-Boote-Überwachung mit sich führen. Habe ich irgendwen vergessen? Glaubst du noch irgendwen? Nee, ne? Bei der Sao fällt es nicht in Gewicht, weil du gar nicht so weit nach vorne willst. Bei der Venezia sehr gut einsetzbar. Yodo auch? War er auch bei der Yodo? Yodo hat das auch, okay. Und beide sogar bei den Japanern. Schön ausgewichen. Oh. Ah. Gut, vielleicht auch nicht so schön ausgewichen. Oh Mann, oh Mann. Kann doch bitte einer klippen. Aua, aua, aua. Schön ausgewichen. Ich sag das doch so. Schön. Wer will hier im Bann? Nipa, Bi, Ba, Bla, Kackname. Wo ist er? Wo ist er? Da. Griff ins Klo. Scheiß Klarname. Bäm. Melden. Mein, der Klan kann da nichts für. Der kann da nichts für. Aber den Idioten gleich melden. Drückt immer auf melden. Wenn ihr so einen Schwachsinn seht, immer gleich melden. Komm, Yoshino. AP. Wo ist AP? Da ist AP. Oh, und zu spät. Jetzt mal geschossen, Yoshino. Jetzt mal geschossen. Mino räumt auf hier. Die Wujing ist doch wie eine Alsass, oder? Ja. Wujing war, glaube ich, sogar 1 zu 1 Alsass. Beijo war die Izumo. Kam auch letztens erst ein Video zu. Losers Elite. Du, 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 du. Be quiet, please. You are down. So, who is the loser? Fuck. Nein, schreibe ich nicht. Hey, kurze Frage. Ich sehe auf YouTube immer wieder euer kradonischen Gefecht und wollte fragen, wo sowas ankündigt wird, wenn man mal mitmachen will. Schaut mal unten links beim Chat. Da habt ihr im Team Krado-Symbol unser Logo unter. Und da könnt ihr TK-Punkte ausgeben. Und da wird derzeit für die nächsten TK-Community-Spiele gesammelt. Da sind es noch 9 Tage. Und 54% sind erst gesammelt. Wenn die voll werden in den 9 Tagen, dann habt ihr die Möglichkeit, die nächsten kradonischen Spiele zu so gesehen beschwören. Sobald es voll ist, gebe ich immer im Stream Bescheid, wann das denn sein wird. Gemälde und für dich plus 1, auch für deine Teammates. Bromel, ich habe dir vorhin schon plus 1 gegeben. Hast du von mir schon gekriegt. Donutspannende Runde, wa? Naja, punktetechnisch. Sind wir in 6 Minuten, wenn die Leute hier noch weiter wegsterben? Minotau gibt alles. Jetzt Burgonje. Mal gucken. Die Runde läuft doch. Warum ist der so toll? Ich habe keine Ahnung, was der hat. War ich gerade high vor der Burgonje? Ich hoffe nicht. Weiß ich nicht, was der hat. Wahrscheinlich. Das war auch die Schumu, die hinter meinem Nebel am Anfang geblieben ist und für uns nicht gespottet hat. Sondern einfach dämlich da rumgefahren ist und hinter mir stehen bleiben wollte und schießen wollte. da brauchst du sowieso nichts einbilden auf solche Spezialisten. Bom, bom, bom. Bom. Punkte für die Spiele spendet, hat man die dann los? Die Punkte sind dann weg, ja. Die sind dann weg. Und weil wir mit den Punkten aktuell eh nicht so viel hier haben, was man machen kann, ist das dafür ganz gut geeignet. Kado, warum bist du nicht im Creatorverse verewigt worden? Das finde ich sehr schade. Hätte direkt investiert. Tom Schrecker, weil du, dann hast du das Prinzip hinter dem Creatorverse nicht verstanden. Das sind lauter große YouTuber-Streamer, die nichts mit WoWs zu tun haben, die aber eine Millionen Reichweite haben und die natürlich dann in ihren Streams sagen, ey, guck mal hier, von mir wurde ein Kapitän in World of Warships gemacht. Wir spielen das Spiel mal ein paar Abende. Komm, guckt auch mal rein. Hier ist der Link, jetzt den Rekrutierungslink. Für jeden Link, für jedes Rekrutieren, für jedes Anmelden kriege ich auch noch Geld. Also los, macht mal. Bumm. WoWs hat auf einmal über mehrere Tage 10.000, 20.000 mehr Spieler, die wahrscheinlich den Großteil dann natürlich alle wieder abziehen. Ein paar bleiben hängen. Das ist es. Gekaufte Werbung bei großen YouTubern, Streamern. Das ist nicht ein Dankeschön für deren gute WoWs-Leistung, das ist ein Dankeschön an Danke, dass wir Werbung bei ihnen einkaufen durften. Streamer werden dafür bezahlt sogar, dass ihr Gesicht so gesehen im Spiel landet. Darum, wir haben schon eine Riesen-Community, wenn wir sowas machen würden, ist das zwar nett für alle, die Team Crado feiern, manche andere, die ärgern sich denn und, warum kann ich die nicht verkaufen? Ich habe die, wieso muss ich die Crado im Hafen haben? Das wäre eigentlich geil. Für immer verewige ich den Hafen und da kann man mich nicht verkicken. Für immer, immer, jedes Mal bei der Reserve, siehst du denn meine Fresse? Geil, für alle Hater, ein Traum, ein Traum, ein Traum. Ich habe den Crado weggewiesen, ja, aber wie gesagt, das hat was anderes zu tun, das rein nur Werbung. Da geht es bloß darum, neue Spieler zu generieren. Und Crado mit Lütchen-Skills? Da würde ich nicht nein sagen, ja, hätte was. Ne, das wird einer eher sein, ohne extra Skills, wo du die ganze Zeit immer hörst, wenn deine Flakballer Flak, 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 So in etwa. Extra Skills würde es da nicht geben. Oder als japanische Schreitante. Nein, danke. Nein, danke, nein, danke. So, da waren es bloß noch die zwei U-Bude. Wir haben alles gegeben, U45-01. Die ist echt schwer zu kontern durch die hohe Geschwindigkeit. Die ist echt unangenehm. Die kann so dermaßen leicht noch ausweichen. Ist ekelhaft. Simon hat auch ein Voice-Over, aber nur per Mod, aber nicht im Spiel direkt. Karte Stimme als Kapitän fände ich geil. Hast du doch jeden Tag hier im Stream oder in Videos. Aber sowas ist nicht geplant von WoGaming aus. Kam einmal, dass ein Streamer mal verewigt worden ist. Das war dieser, 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 äh, bisher Jingles, Mighty, Mighty Jingles, Jingles, irgendwie so. Der kurz danach das CC-Programm dann verlassen hat, das fand ich auch sehr lustig. Ich finde, dass sie den noch geehrt haben. Lup. Aber der ist natürlich auch im englischsprachigen Raum und das ist natürlich eine ganz andere Größe. Ich meine, hier bei den Streams nicht unbedingt. Kommen wir eigentlich auch an größere Streamer im englischsprachigen Raum mal ran. aber gerade auf YouTube siehst du den Unterschied. Unsere Videos, so wenn sie gut laufen, so 10.000 Klicks, da sind es ja ganz schnell mal in 30, 40, 50, 60.000 Klicks. Das ist schon ein riesen Unterschied dann. Da müssen wir bei Nero und Chrome auch dabei sein. Ein Hybrid-Kapitän aus Dreien und man weiß nie, welchen man im Gefecht hat. Das ist eine coole Idee. 140.000 Damage gemacht die Runde. EP-technisch 2.100 Grund-EP. Also, was soll ich euch sagen? Wir waren gut dabei. Michael hat glaube ich heute keinen Spaß mit seinen U-Booten. Michael aber trotzdem super gespottet am Anfang. Du hast dafür gesorgt, dass die Österreich-Jöten gleich gepriert ist. Hättest du die nicht aufgemacht, unsere Dings hier, unsere, der hier rumbeleidigt hat, die Shung-Mu, der hat es ja nicht geschissen bekommen, nochmal zu cappen oder besser zu spotten. Michael ist eigentlich nur draufgegangen, weil die Shung-Mu so kacke gespielt hat. Geile Runde. Und übrigens auch Spamil-Reiter super gemacht mit deinem U-Boot. So, Louisiana 78.000 habe ich gedrückt, 40.000 durch die Torps, 20.000 durch Brände und Wassereinbrüche, 18.000 Hauptbatterie, Blombo noch 24.000, Mino 14.000, U-Boot 10.000 knapp durch die 5-Trops, bis der Jötland 7.000, Z52 auch nochmal 6.000. Geil, schöne Runde. Tolles Schiff, macht unglaublich viel Spaß. Ich bin sehr gespannt, ob Wargaming das so beibehält oder ob die noch direkt gleich mit dem nächsten Patch wieder genervt werden, weil aktuell finde ich die echt zu stark. Wenn ich mir jetzt Sao vorstelle, wenn ich mir, Gott, haben wir denn noch so, ich meine, gut, wenn ich mir Wuster vorstelle auch, Wuster ist ja so, Lala, Desmos, da hatte ich schon die bessere Variante. Wenn ich mir die Sao vorstelle, wenn ich mir die Yodo vorstelle, so vom Spielstil her, was ich da ackern muss, um was zu machen, gut, Yu-Gi-Nen kann es nicht vergleichen. Wenn ich mir die Raunen vorstelle, die kann auch nur brillieren, wenn du mit den Drops arbeiten kannst. Das Ding funktioniert hier in jeder Runde. Ich konnte hier jetzt konstant in jeder Runde 140.000 Damage, 150.000 Damage, 205.000 Damage, 76.000, ja gut, die eine, da war ich schnell weg oder das ganze Team, ich weiß gar nicht mehr, was da war. Da war ich entweder schnell weggeballert oder die Runde war so schnell vorbei. Die erste Runde war 65.000, das war halt die Abschlachtrunde. Da wurden wir abgeschlachtet oder danach hatten wir Runden, die ein bisschen länger gegen uns hier da, schamstechnisch, es ist explodiert. Hammer geiles Teil, kann ich nicht anders sagen. Richtige Spaßschiff. Eberos, Daumen hoch, geile Schiffchen, eure Meinung. Dazu gerne in die Kommentare bedenkt. Vorabzugang müsst ihr Geld ausgeben, macht es nicht, wartet einfach zwei Monate, dann könnt ihr die frei erforschen und müsst nicht 20.000 Dublonen dann für den 10er ausgeben und für die 9er, 8er, 7er müsst ihr wahrscheinlich ja auch nochmal Geld ausgeben und daher lasst davon die Finger. Vorabzugangsschiffe, Forschungsschiffe sollte man nicht unterstützen, die Monetarisierung ist eine ganz blöde Art. Macht ihr es trotzdem, Dankeschön, dass du World of Warships finanzierst. Haut rein, bis zum nächsten Mal, bewerten, nicht vergessen. Das ist die Frage, oder das ist, aber das ist die Frage, die Frage, Untertitelung des ZDF für funk, 2017